Wir hätten mal einen Missvorstand einbringen, der vielleicht auch das, wo das Hinten mit aufbringt. Es war einfach, wenn unbedingt heute noch was besetzt werden soll, in den Tiergarten hineinzuziehen. Weil dort gibt es keinen Straßenverkehr und das Kämpfen ist bestimmt einfacher. Mic check, für alle die, die hier bleiben wollen, manchmal ist es ganz angenehm, ein bisschen Karton unterm Arsch zu haben, lässt sich überall besorgen, und das andere, ich bin hier und ich bleib hier, weil ich stören will. Weil ich stören will, wo immer es geht, an dem gerade Menschen sterben, ob sie verhungern oder erschossen werden. Jeder, der das System nicht stört, trägt aus meiner Sicht dazu bei, dass es weiter passiert. Und ich habe eine Meinung zu dem Camp, das wir da hinten haben, ich finde es super, aber ich wünsche mir eins, wo wir gesehen werden und wo wir stören. Und ich habe keine Lust, mich irgendwo abstellen zu lassen für ein, zwei Wochen. Und wir können das hier auch als Grundlage nutzen, um ein unbefristetes Leiberecht zu wirken. Wir fordern die Polizei auf, das Filmen zu unterlassen. Wir fordern, Mic check, an die Polizei, eines Tages, eines Tages, werden vielleicht, eure Kinder, eure Kinder, euch tragen, natürlich auch uns. Was haben wir dagegen getan, dass jetzt so ein totalitäres System herrscht, und die Schurkenstaaten, um die Schurkenstaaten, sich in Europa befinden, sich in Europa befinden, und weiterhin agieren und morden. Also, der Kamu hat einen einfach die Frage gestellt, hat einmal die Frage gestellt. Heutzutage muss sich jeder die Frage stellen, ob man direkt oder indirekt töten will. Wir Deutschen, dann schließe ich mich nicht aus, töten zur Zeit, Größenzeins indirekt. Aber auch direkt, und das sollte gerade den Staatsdienern mehr Geburtstag. Danke. Wir haben dort eine Information.